Willkommen Leute, hier ist wieder euer Fred von der Deadpool Society. Es ist Freitag und das heißt Xur ist wieder da. Xur steht diese Woche im Turm. Ihr geht rechts lang zum Hangar. Und der steht unten in der Disco, so nenn ich. Ihr seht, da ist schon einiges los da unten. Wir werden gucken, was hat er dabei und einzeln auf die Sachen drauf eingehen. Da hinten ist schon Party. So, gucken, was hat Xur dabei? Eine unüberwindbare Schädelfeste. Ein Helm für den Titan. Stumpf aus Kitzken. Etwas gesucht, dass wieder einsteigt mit Nahkampfenergie. Ja. Geht so, ne? Mein Lieblingsjäger-Exo-Helm ist das. Sibiont. Und zwar, dass die goldene Kanone einen Schuss mehr erhält. Disziplin. Ist normalerweise standardmäßig drei Schuss. Mit diesem Helm habt ihr vier Schuss. Auf jeden Fall ein sehr guter Helm. Auch ein guter Warlock-Helm. Licht hinter Nemesis. Belebe Teammitglieder schneller. Teammitglieder schneller wieder. Ist für Osiris sehr, sehr wichtig. Erzeuge mehr Sphären. Erhöhtes Nahkampfangriffstempo. Auch gut, ja. Und das ist der Knaller. Darauf haben wohl sehr, sehr viele Leute gewartet, dass Xur endlich mal das Jallahorn verkauft. Die meisten haben es wahrscheinlich schon, aber es gibt doch einige auch bei mir in der Truppe. Die ist noch nicht. Einige kriegen es nachgeschmissen. Ich finde es ganz gut, muss ich sagen, dass es endlich verkauft wird. So kann keiner mehr sagen, ich habe das nicht. Ja. Gut. Ein exotisches Bruchstück wie jede Woche. Zwei exotische Handschuhe. Ein Grammer. Schwere Moon. Dann die Upgrade-Pakete. Maschinengewehr-Telemetrien. Handfeuer-Waffentelemetrien. Automatik-Telemetrien. Und wieder Lichtpartikel. Kriegen, indem ihr seltsame Münzen abgebt. Ja. Also, wie gesagt, solltet ihr auf jeden Fall machen. Kauft euch das Jallahorn. Es wird zwar gebufft im neuen DLC, aber es ist einfach bis zum neuen DC ein Monat. Ja, morgen. Morgen ist es genau ein Monat. Es ist das stärkste, der stärkste Raketenwerfer im Spiel. Und er sieht auch einfach vom Design her. Also, ich kann es nur empfehlen. Holt euch das Ding. So, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen oben. Abonniert den YouTube-Channel. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Fred. Haut rein.